Das neue Erweiterungspack Zusammenwachsen ist erschienen und ich dachte mir, es ist halt eine wirklich ehrliche Review für dieses Pack zu erstellen. Zusammenwachsen ist vor allem ein Erweiterungspack, was für Beziehungen, Familiendynamiken ausgelegt ist. Ich hatte, als ich Zusammenwachsen ein paar Stunden gespielt habe, schon ein sehr merkwürdiges Bauchgefühl. Und ich konnte es nicht wirklich in Worte fassen und deswegen musste ich ein bisschen mehr spielen, um zu schauen, was ist genau mein Problem mit diesem Pack. Es bringt neue Sachen in Sims 4, die im Basisspiel sein sollten. Dieses gesamte Beziehungskonstrukt sollte nicht hinter einer Paywall sein. Ich verstehe auch nicht, warum ein Wickeltisch, der vom Objekt her genau super passen würde zu den Betten, zu den Kleinkindbetten, zu den Säuglingsbetten, auf einmal nur mit dem Zusammenwachsenpack kommt.